Musik Die Landesbeschaffung vom Land Brandenburg ist die größte Landesbeschaffung von Drehleitern. Insgesamt 40 Drehleitern, die zusammen Branden drehen. Und wir haben jetzt die Leiter Nr. 10 bekommen. Musik 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 Es dauert ein bisschen, steck mal so zwei bis drei Monate, bis wir da richtig alles verherschen, bis die Leute darauf gefühlt sind. Wir haben einen elektrischen Bedienbandmonitor mit dem großen Wasserwerker, den wir von unten automatisch räumen können, einfach verboten, mit einem Joystick. Dann haben wir unser Schnittgelenk da oben drin, das heißt, wir können den letzten Leiter teilen, können wir einen 90 Grad abnehmen. Wir haben einen sehr großen Korb, das heißt, ein 400 Kilokorps, der kann schon eine Menge Personen ausnehmen. Wir haben wahnsinnig viel Licht dran, also sind wir auch auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Das ist unsere alte Werbe. Die alte Werbe, das ist in den Jahren, wird verkauft. Die hat also danach noch einen Rücken. Wir wissen noch nicht, wohin.